In den nächsten Tagen werden unsere Zähler in allen Gemeinden unterwegs sein und ihre Liste verteilen. In den Orten mit über 5000 Einwohnern werden sie von Wohnung zu Wohnung gehen und Haushaltlisten abliefern. Diese Haushaltlisten dienen dazu, den Gemeindesbehörden die Möglichkeit zu geben, die kleinen Betriebe von selbstständigen Erwerbenden auch zu erfassen, die jeder Zähler vielleicht nicht ohne weiteres sehen könnte. Wir wollen ja nicht nur wissen, wie viele Betriebe es gibt, sondern wir sollten auch noch einige charakteristische Merkmale in diesen Betrieben ermitteln können. Dazu hat man eine Anzahl Fragebogen geschaffen. Wir haben auf der einen Seite die Landwirtschaftsbetriebe, auf der anderen Seite die Gruppe der nicht-landwirtschaftlichen Betriebe, die wir als gewärtliche Betriebe bezeichnen. Und für jede Gruppe haben wir eine eigene Serieformular vorgesehen, damit man auf die Charakteristik der Betriebe in der Fragestellung eingehen kann. Für Gewerbetriebe haben wir drei Formulare vorgesehen. Im Formular 1 werden wir die wichtigsten Strukturmerkmale schauen zu erfassen. Wir müssen beispielsweise wissen, was in diesem Betrieb gemacht wird, damit wir ihnen aufgrund der Angaben den richtigen Branchen zuteilen können. Weiter möchte man wissen, ob der Betrieb, der zählt wird, der einzige ist von einer Firma, oder ob diese Firma in der Schweiz auch noch anderweitig ihre Betriebe hat. Im Weiteren sollten wir einige Angaben über das Personal in diesen Betrieben haben. Wir sollten wissen, wie viel sie pro Woche im Durchschnitt arbeiten, was sie für einen Ferienanspruch haben. Es interessiert uns auch zu hören, was für Fürsorge- und Versicherungseinrichtungen für die Mitarbeiter im Betrieb vorgesehen sind. Eine Frage nach Datenverarbeitungs-, Anlagen- und Steuergeräten soll uns die Möglichkeit geben, einen kleineren Einblick in den Automationsstand zu bekommen, wie er heute etwa gegeben ist. Das Formular 2 sollte uns Auskunft geben über die AHV-pflichtige Lohnsumme, über die Arbeitgeberbeiträge und über die Gesamteinnahme, der Gesamterlös im Sinne des Bruttoumsatzes. Mit dem Formular 3 möchte der Delegierte für die wirtschaftliche Kriegsvorsorge die geografische Verteilung, die räumliche Verteilung vom Energie- und Triebstoffverbrauch herauskommen, und er möchte auch wissen, wo die Tiefkühlräume, die es gibt, zur Verfügung stehen könnten. Im Formular 4 gehen wir auf die Landwirtschaftsbetriebe ein. Auch dort möchten wir in erster Linie mal wissen, wer da mitschaffen, was aber auch wichtig ist, ist die Frage nach der gesamten Fläche, die von diesem Betrieb aus bewirtschaftet wird. Damit man das Bodenbenutzungssystem herausfinden kann, sind nur noch detaillierte Fragen aufgestellt, da danach, was auf dem Boden, das vom Betrieb bewirtschaftet wird, eigentlich alles angepflanzt wird. Ein Blick in den Stau gibt uns auch wiederum ein paar Merkmale, nach denen wir den Betrieb gliedern können. Im Weiteren sind natürlich auch hier Fragen gestellt nach den vorhandenen Motorfahrzeugen und Arbeitsmaschinen, denn auch in der Landwirtschaft geht ja der Grad der Mechanisierung immer weiter. Das Betriebszählungsprogramm hat einen ziemlich grossen Umfang und die Betriebsinhaber werden das Ausfüllen von diesen Formularen auch ziemlich stark belastet. Man kann aber diese Fragestellung nicht einschränken, denn sonst würde das Bild, das man überkommt, doch immer verwässerter. Anhand der Fragen kann man auch sehen, was denn nach Auszählung von diesen Formularen für die interessierten Kreisen eine Detailangabe zur Verfügung steht. Wenn man das Ziel der Betriebszählung im Auge behauptet, dann glaube ich, wird jeder Betriebsinhaber Verständnis dafür aufbringen, dass wir ihn in allen zehn Jahren etwa einmal mit unseren Formularen plagen. Und für das Verständnis, das er uns entgegenbringt, und die Mitarbeit, die er leistet, das Ausfüllen von den Formularen, möchten wir ihm zum Vorausschau unseren Dank abstatten.